Hallihallo, Willkommen zurück zu Sepp Forest. Ich begrüße Sie. Es regnet und mir wird kalt. Und mir nicht. Genau, vollkommen erstmal. Köln. Und wir wollten jetzt mehr Holz, Holz, Holz. Aber jetzt mal rechts abbiegen, oder? Ja. Manchmal wünschte ich mir echt, das wäre irgendwie noch ein bisschen moderner. Irgendwie so Sensoren. Automatisch aufgehen die Tore, auf und zu. Mit irgendwelchen Druckbelatten oder sowas wie Minecraft oder so. Ja, das wäre auch cool, ja. Ja, aber es wird einfach zu Forest nicht passen. Das stimmt. Eigentlich schon, ja. Ich lass mal bei uns einfach mal offen, weil wenn wir eh nicht drin sind. Ich hoffe mal, dass wir da nichts großartig angreifen. Kannst du mal da deinen Wagen weg tun? Ich darf dann eine Dynamitstange reinhauen. Okay, okay, okay. Aber das so viele Bäume ist noch gar nicht, die da wegfliegen können. So, sieh, 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 klein. Oh. Mal gucken. Mir macht es irgendwie Spaß mit Dynamit zu spielen. Nein, wo wollte es hin? Oh, aber da kann man gut aufräumen, muss man schon sagen. Nur, Alter, das ist schon beim See jetzt drin. Ja, das ist irgendwie hart, ja. Ja, das ist jetzt nicht so schief gelaufen, ich weiß. Ey, wo sind jetzt noch ein Baum umgekehrt? Man könnte überlegen, ob man jetzt eventuell mal die Bäume nachwachsen lässt. Ach, da sind Dynamit? Was, wo? Oh. Oh. Alter, haben wir so viel Dynamit, dass du so verschwenderisch auch nicht... Nicht, nicht ins Wasser. Ah, sehr gut. Boah, Alter, das war voll ein großer Baum, ey. Es wird schon wieder dunkel, oder? Also ich hatte, also ich hatte ultra viel Dynamit. Ah, nein, ich schon wieder. Nein. Nein, mit jetzt? Warum jetzt? Das ist so nervig. Und es wird schon wieder dunkel. Irgendwie... Wir haben so Pech. Es ist nur einer, den machen wir schnell fertig und dann... Warum bist du eigentlich schon wieder dunkel? Ich verstehe das, die werden noch grad geschlafen, oder? Ey, so wie hält die aus. Digga. What the fuck? Du kümmerst dich ums Holz, ich bring die jetzt schnell weg. Ich hab wieder die Mongolatius Arbeit machen, toll. Aber ich schmeiß den erstmal neben das Feuer, weil ich die Hälfte gleich beim... Ich hoffe mal, dass die Leiche nicht despaunt. Schlecht scheiße. Die bleiben, glaub ich, länger liegen. Also der eine Wagen ist schon voll, kann ich den schon wegbringen? Ne, ich glaub das noch nicht ganz voll. Der ist noch nicht voll? Ne, doch ist voll. Okay, dann bring ich den schon mal weg. Ja. Ich komm da nicht durch. Scheiße. Ah, jetzt. So. So. Ich hab grad geguckt, ob die Aufnahme läuft, irgendwie war ich mir grad nicht mehr sicher. So. Das wäre natürlich... Oh, das ist ein Regenwies. Ne, ich kümmere dich jetzt ums Holz. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Rieman im Ries. Ja, key, kein Reh, warum nicht im Walser. Oh nein, bitte nicht. Warum sind jetzt hier drin? Man, das will ich nicht. Man... Ich kenne das Wort Privatsphäre nicht. Der ist wieder rausgerannt. glaube ich zumindest ich tue einfach so als hätte ich nie gesehen halt da haut irgendjemand nein ich kaputt machen hörst du auf du aber ganz knapp das ist wirklich sehr grenzwertig ich habe keine ausdauer ich muss gestern operieren weil das war wirklich krass knapp wir kommen halt her das war echt ich lege gleich einmal daher liegt der andere noch da sehr schön hat jetzt ein freund gefunden das ist cool haben wir noch muss ich noch mal hochkommen oder schlafen oder von zurück muss wieder marsch ist sollen die noch vorher verbrennen oder so schnell ich weiß dass der rein während du die oder ich weiß kann nicht verschwinden die da kann man dir die bägen legen ich habe schon versucht irgendwie es wird zwar angezeigt dass man das nicht gut ja wenn die jetzt nicht schlafen werden wir die rei werden wir die reingelegt haben jetzt warten wir schon noch bis die knochen da sind speicher noch mal schnell na gut wenn wir da eh warten dann dann ich hoffe dass selbst nicht schief gelaufen ich bin froh dass es nicht so viel ist das tor geht aber nicht so ganz schnell kaputt es hält einiges aus und noch 1 2 3 4 5 6 ich habe noch ja ich erst auch schon ein snack und trinken es so oder schnell versuchen zu schlafen jetzt alles zerstört oder das wäre so heftig gott sei dank so dann haben wir das schon mal erledigt wieder hunger ja auch ganz schön grenzwertig ich hätte erst schlafen sollen dann ist es regnet gerade so viel das ist brutals es ist doch verkokel oder was ich verstehe das auch nicht ich habe vorhin auch einmal leben verloren oder sowas weil der durch geht auch extrem nach unten also nach oben so wo war man da hinten waren nur noch welche oder er aber noch das sind die ganzen kleinen bäume über nacht wieder gewachsen ich habe keinem lassen sonst so jetzt werfe auch mal dynamit ach so das wollte ich auch gerade machen aber schön mittig so zwischen den vier bäumchen da ja 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 genau perfekt dürfte gehen aber es sind nur drei mit glaube ich ja das ist dann doch zu weit weggerollt ist er das ist ein reh warte vielleicht krieg ich den unten am see müsste noch die blühen werden das ist so nervig das schwöre ich dir das reh ist gerade in den felsen hier reingelaufen und weg war der das ist so nervig das nervt hart das ist von der stein ja das kann da ist er wieder hab's hab's jawohl nice der packt da wirklich in den felsen so dass du ihn nicht mehr siehst und dann legst du dir halt erst die spawner und dann rennt er wieder aus dem stein raus weil der ist halt in dem stein drin sehr sehr traurig vogel geht er weg ich sehe gar nichts mehr wenn die baumstämme in der hand hast und dann kommt so ein vogel auf deine andere hand oh das sind blaue bären oh geil und aloe vera ja äh blau aber ist doch ein hut das nehme ich gerne und der ba der ich habe gerade aus dem stein habe ich auch gerade ein 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 ding genommen ein baumstamm die gefahr ist aber extrem hoch dass man sich hier selbst tötet ne mit der muttersäge ja weil man einfach so schnell baum fällt und rennst zum nächsten und fällt den auch aber was ist wenn der andere baum dann währenddessen schon auf dich fällt das ist voll verkackt oder hier cool wieder blaue bären geduld seine tumour weißt was ich meinte ja wenn hier sind überall blaue bären voll geil ne 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 na ist das hier bei noses chli mal zusammen baumstämme darum tragen ist wirklich nur zwei baumstimmen auf die schulter ist das schon lächerlich für gefühlte 30 ja so langsam sieht es gleich haben wir es geschafft wäre wäre zufriedenstellend diese angriff die hören ja gar nicht ja das ist also das finde ich schon hart die angriffe sind schon stark an der grenze haben wir da schon mit gefühl die metropole ausgelöscht also so schnell können sich die gar nicht vermehren die leute doch kannst du das nicht kommen diese fähigkeiten ja kommt ja mal vorbei und ich zeig dir mal wie das geht ok 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 so einer schon in die falle gelaufen ist mal gut was nicht gut ist dass die scheiß vorher nicht angegangen ist gern und rein mit dir dass wir in die falle gelaufen ja das ist sowieso die baumstammfalle die bringt es doch irgendwie da also direkt beim tor ja weißt du ja das ist gar nicht mal so blöd weil die hauen doch immer bei den toren und bleiben sie ja an der stelle ja ja also ich würde vielleicht da sogar vielleicht noch mal eine baumstammfalle hin stimmt direkt vor dem vor dem tor überall so baumstammfällen das ist ja geil also nicht überall aber viel verteilt immer direkt am tor wir müssen aufpassen dass wir jetzt selber rein laufen also so bauen dass wir das vielleicht nett aus ja ich meine jetzt nicht ich meine ich direkt beim tor sondern an der mauer so weißt du so am rand so halb und dann wenn sie da rein rennen ich mach mal schnell auf ok kannst du kurz mitkämpfen ok dass das so viele waren das habe ich jetzt nicht kommen sehen nein die machen alles kaputt rennen ich mache ich mache immer an der mauer am meisten mehr schaden als 0 einschlag komplette rüstung er kommt wirklich doch einfach ich hasse dich eine ist schon mal tot jeder weg ich musste wieder weg bei der kam bei uns und trinken trink vorrat ist der 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 ist ein ganz mauer schießt sich und schießt sich und bleibst du ruhig stehen natürlich ist nicht perfekt ich weiß schon mal wieder zwei rein so ich muss sie mal alles reparieren weil hier ist alles kaputt gegangen das ding ist kaputt gegangen das ding ist kaputt gegangen es ist noch kaputt gegangen ich speichere mal einfach so weil ich gerade da stehe aber gute idee naja ich brauch knochen gummi gimme 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 äh gut stein maus kaputt hä die hab ich doch gerade gerichtet hä hier hab ich verscheuert ach ich habe nur die obere gerichtet oh man oh 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 fatalus fatalus tremus spasticus so ich will immer ganzer diese scheiße brauchst du noch knochen ganz viele knochen ich hätte hier welchem angebot noch nicht ihren schädel neben ding dass man da nicht gleich mehrere knochen einlegen kann so dann holen wir die restlichen baumstämme aber eigentlich hast du jetzt durch die probleme das 31 steht da noch ja gut aber wir brauchen auch jeweils vier für die dinger für die gärten genau ich glaube so viel brauchen wir gar nicht mehr für für die dings halt weißt schon für die schränke ach leck mich doch ehrlich komm her ich brauche deine knochen was du lebst noch ich habe aber es sind schon wieder andere unterwegs sind da viele war einer sein du wirst jetzt sterben du wirst sterben du wirst schon eine ist die falle gelaufen sehr schön tun ja ich habe reingeschubst sind die eine gegen ein kämpfe ich habe die schritte noch da und einer lebt noch das eine ist wieder tot ich tue mal die falle aktualisieren ja 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 weil ich raus was du hast du ach so du hast du hier hin was für ein scheiß hallo wie viele sind denn hier noch du hast ein zweites oh nein oh nein toll der greift unsere scheiße machen du hast du du oh hinter dir hinter dir ach du hier ich habe mich jetzt mal so ein bisschen häufig eingeboren als ich schon gekillt habe ja das ist so eine statistik wäre schon cool die musst du glaub ich irgendwo geben oder weil das nicht mehr boah meine ausdauer ist gleich weg oh 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 alter mann 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 naja meine russie mich wieder weg ja ehrlich ein ding habe ich noch übrig jetzt oh aber jetzt haben wir so viel gekillt gerade du müsstest du doch so viel rüstung bekommen ja das schon ja aber es ist einfach nervig ich möchte einfach ein bisschen ansammeln die körper reintun ja das wäre cool ne das ist ein geiles gefühl wenn du einfach Unmengen an so einer ganz geil wäre es gewesen wenn man so ein ganzes haus als eigene rüstung weißt du so nur noch rüstungen das wäre so geil gewesen ich fange mal an zu reparieren weil es ist sehr uferlos hier ja ey sich mich ich dass hier Was ist mit dem da hinten? Oh ja, das muss ich mal auch operieren. Hey, warum waren da gerade so viele? Nein, egal. Ja, aber meistens kämpfen wir hier, ne? Ist das vielleicht gar nicht mal so blöd. Da hast du schon recht. Hier die Fallen her klatschen. Ja. Ach ja, Gottchen. Aber muss man halt auch immer selber schauen, damit man noch nicht selber reinrennt, ne? Ja, weil die machen, glaube ich, schon gut Schaden, diese Baumstammdinge. Mein Allgemein. Ja, bei den Schlingen und sowas ist ja wurscht. Da wird Baumstamm. Ja, da ist prinzipiell egal, aber das andere, das ist schon hart dann. So, jetzt erstmal hier ein paar Bären. So, jetzt bin ich wieder gut ausgerüstet mit... Das ist dunkel. Wie viel hast du jetzt? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt so viel gekämpft haben, wir haben jetzt echt viel gekämpft. Und wir haben beide, also wir haben durch die Fallen, finde ich, ist es vereinfacht. Ich muss ehrlich sagen, die Fallen, die bringt es voll in meinen Augen jetzt, also mittlerweile. Wenn man das noch bisschen ausbaut. Bei der Menge bringen die, also wir haben schon oft so, oh mein Gott, es sind da viele, oh mein Gott, oh, zwei sind schon tot, weißt du? So, es bringt schon was. Also, man kann jetzt mittlerweile nicht sagen, dass die gar nichts mehr bringen. Am Anfang eher weniger, weil die Angriffe nicht so groß waren. Aber jetzt, bei den großen Angriffen, in der Menge, wie die kommen, da laufen schon immer welche rein. Also, gar nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Und, ein und drei, ein und drei. Ja, da muss ich ehrlich sagen, geil. Ist schon praktisch. Und, dadurch, haben wir auch immer wieder plus zwei, drei, äh, wo wir nicht kämpfen mussten und nichts verloren haben. Also, ich habe jetzt meine Rüstung voll, ich habe zehn und du hast sieben. Also, das Ding ist halt nur, wenn die einmal an, einmal treffen sind, ist die komplette Rüstung weg. Die komplette Rüstung weg. Das, aber volle Sahne, ne? So. Haben wir irgendwo gespielt ist, weil ich dachte, jetzt nochmal hier Bäume fällen und nicht, dass es dann wieder dunkel wird. Ich hoffe mal, einmal nicht. Ne, das sollte, glaube ich, gehen. Liegt da eigentlich noch beim Stimmen oder muss man es noch fällen? Äh, ich habe gerade gefällt. Okay, passt. Ich zweig dann gleich mal zwei Bäume schnellen ab. Hä, wir gehen bis hier rein. Oh, das ist der Zeltplatz. Das ist der Zeltplatz. Das ist der Zeltplatz. Ist dein Wagen schon voll? Meine ist schon voll, ja. Okay. Ne, ich wollte trotzdem noch schon die Baumstelle wieder ab. Dann nehme ich deine Baumstelle schon mal mit. Ja, dein Wagen, meine. Der ist auch schon voll. Oh, mein. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich glaube, wir haben immer so viele Baumstämme übersehen. Wenn wir irgendwo despawned sind. Oh, Gottchen. Kommen wir da jetzt überhaupt noch durch? Bei den ganzen Fallen? Mit den Wägen? Ja. Hey, was ist so viel? Achso, machst du gleich bei den Gärten weiter, oder wie? Ne, ich habe schon die zwei Fallen gebaut. Ja, das ist auch eine gute Idee, weil hier brauchen wir gar nicht mehr so viel, glaube ich. Zwei Regale noch, glaube ich. Oh, krass. Oh, das ging ja doch jetzt flop. Also, wir haben es versprochen. In dieser Folge kriegen wir es hin. Und ich muss ehrlich sagen, das kriegen wir doch hin. Easy, easy. Sogar, glaube ich, mit dieser Ladung hier. Ja. Sehr geil. Ah, das ist jetzt schön, dass wir es geschafft haben. Sieht auch gleich mal ganz geil aus. Das müsste man füllen und dann fertig. So. Haben wir noch was? Ein Baumstamm. Tadadadadadada. Tadaaa. Tadaaa. Geil. Geil. So. Ich hau gleich da mal ein bisschen Soda und so rein, Clavi. Ja. was wir können jetzt sagen medizin können wir bei und alkohol können wir alkohol ist so viel teilweise was wir da zusammenkriegen obwohl ich würde alkohol sogar auch jetzt in das neue lager obwohl alkohol würde ich jetzt vielleicht hier lassen ja wir können schon alkohol noch da lassen so ist nicht mehr ich würde dann jetzt einfach das so darüber tun die medizin können übertun und das ganze knicks und hier eigentlich dann alkohol vor allem bunkern und so soll man noch paar die restlichen bevor es dunkel wird die restlichen warum stellen wo ist der andere wagen doch der ist leer kommen gehen wir zu zweit da finden wir mehr das wäre so eine aufgabe die könnte man machen wenn es ein bisschen dunkler ist aber der tag ist viel zu kurz sogar nichts ja naja es geht es irgendwie hier und da vielleicht mal ein paar bäume dann noch das ganze kämpfen und so ist das raubt viel zeit hier richtig und nee die sind schon wieder da ich finde keine baumstämme mehr nein hemmelig bescheuert wenn wir noch nicht erzählen dass wir alles gesammelt haben also ich finde keine wasser hast du welche gefunden wir keine mehr ja gut jetzt kommen alle und ich fahr jetzt mal zurück ich habe unterwegs mal irgendwo welche hingelegt das weiß ich die hol ich schnell aber ich stille einfach daher und dann hier habe ich mal zwei genau gesehen so haben wir noch irgendwelche fallen die gebaut werden müssen ja schlafen kann man nicht dann können wir jetzt umschichteln ja alles lasse ich einfach so stehen machen wir hier das lagerfeuer damit wir ein bisschen mehr licht haben ja beim nächsten schlafen also wie lange dauert es ein bisschen schlafen das dauert noch ja gut ja weil es ist eigentlich schon wieder die folge vorbei schon wieder die zeit vergeht bisschen umräumen noch und dann ein bisschen umräumen noch irgendwo so da ich habe mir jetzt alle kommt das komplette so die rüge geschafft oh ja so du bist dran ich habe noch sieben stück bei mir so der regale hier einfach weiter hier tue ich mal die snacks rein theoretisch ja ich wollte sagen ich habe mich ja auch ein bisschen schwer gerade ganzen alkohol tödlich würde ich mal klatschen den alkohol wollten wir drüben lassen medizin und snacks muss hier eh schon das gefolge nimmst du jetzt diese fucking dördlinger hier danke smx 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 medizin 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 wieder auf die rückseite oder nur kurz der schug er auf die nichts wohl nicht nämlich immer zurück alles gut da wollte ich es nicht genau so dann tue ich hier ist nix muss nur weit weg weg weit gewählt weit genug weg stehen ja so hast du noch zwei snacks oder hast du von hier sind kann der sexen was doppelte sie ist noch drüben so dann haben wir zwei haben wir nur zwei regale von snacks da unten sind noch zwei snacks da sind auch noch zwei snacks gleich können wir gleich der medizin am eingang wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht zwei medizin dinger sind noch drüben ganz am bunt ich war noch medizin an die hallo schubst mich nicht so gut dann haben wir eigentlich jetzt wie weit du das spring ist so unnormal wo ich soll es vielleicht nicht ganz in medizin obwohl ich habe noch gehen ja ich habe noch ein ding weil ich habe 30 heidelberg strauchsam da können wir dann viele bären an pflanzen und nein ich bin so doof ich habe doch von regel gefangen auch so ich hab's im inventar gelassen das gute fleisch 44 gute fleisch 40 heftig ablegen 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 und man das ärgert mich jetzt hardcore du fleisch ja also die sträuche die sonst wachsen aber nicht nach so was kaputt machen und neu pflanzen das oder das haben wir noch mal nach war es einfach mal machen uns im neuen garten ja dann warten wir noch aber wir müssen ja aber zum beispiel wir sind ganz geil weil das ganze fleisch zum fressen ist aber doof so kann man auch schlafen ja also ich kann schon schlafen bei mir steht schon ich auch relativ lang nach und ich speichere mal und dann schlafen schlafen genau und dann kommen wir die folge beenden super danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge bei serfors bis zur nächsten folge ciao ciao ciao